Gestern hat es in der Unterkunft gegeben, Wiener Schnitzel plus Kartoffeln und ich habe gesagt, könnten Sie mir die Kartoffeln vielleicht anrösten, hat die Wirtin gesagt, bei uns gibt es kein Rösten. Du Michi, wo müssen wir jetzt hin? Links, rechts oder gerade? Wir wollen nach Landegg, das wäre hier der Spielplatz, aber das Ganze ist einfacher, wenn man die Tafel richtig dreht. Das Ganze ist ein ganzes Wirtin, ein ganzes Wirtin. Und dann versuchen, das Ganze ein bisschen zu schützen. Man in den Tag erwartet, dass die Kartoffeln nicht sein, der kann losständnüller die Tafel wegschlagen. Ich hätte eine Frage. So schön wie es hier ist, ist es nirgends, oder? Im Lechtal, aber schön ist es in Wies. Wer will Funke fliegen? Ja wer will Funke fliegen? Ich hab' die Gärre, ich sag das gerade, es ist, ich hab' die Gärre. Gerade so wie du bist, hab' ich die Gärre. Auf dem ist der Moment ein bisschen ungewohnt. Den Kosch, und der Brot den Kosch, und der Brot des Maul, den Kosch. Der liebe Mattenkosch. Danke dir! Michi, wie geht's jetzt weiter? Nein, wir sind da, Standort bei Zams. Das ist aber nicht auf der Arzttafel gestanden. Wir gehen da drüber, und das blau markierte ist schon der Jakobsweg. Den gehen wir da über die Bruchten. Da entlang, unterhalb der Ruine Schrofenstein durch Stanz. Können wir eventuell da kneiten, wenn wir wollen, nach Grins. Sehr gut, denke ich, super. Sehr gut, Pauli, sehr gut. Wie legst du das? Schau, wie der die im Furholt. Herrlich! Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus, ich bin doch da so ein Stanz. Hier sind wir, Michi. Ja, und wieso steht da Gemeindeamt? Bletter-Kabriolen-Schlang ein. Ich möchte dreimal umzogen, die letzten 20 Minuten. Ja. Kurzes Leiberl, kurzes Leiberl, langes Leiberl. Was ist das jetzt? Regen oder Schnee oder Mischung? Fünf Minuten ist Schnee. Ich hab erst nachher gesehen, dass es halber drei war. Und die wird wahrscheinlich Nachmittagsendung haben. Ja. Mörder-Etappe, Freunde. Ich wollte mich eigentlich gar nicht so anstrengen. Streng genommen weiß ich nicht, was ich von dem Wortwitz halten soll. Das war jetzt die ersten Teors-Tafel-Wizze. Burschen, ganz ehrlich, können sich ein bisschen mehr anstrengen. Dann mit der ersten Teors-Tafel-Wizze. Dann mit der ersten Teors-Tafel-Wizze. Vielen Dank.